Hallo und herzlich willkommen beim Support.net. Hier ist der Steven und heute gibt es ein kleines Update zu unserem Artikel, der die Politik von Apple hinterfragt hat. Und zwar zeige ich euch mal eine Kleinigkeit. Wir sind hier in dem IE, also dem Internet Explorer, im Private-Modus und haben vorher auch alle Cookies und alle Spuren gelöscht. Also ein jungfräulicher Browser ohne persönliche Daten. Wir gehen jetzt mal auf Google. Jeder kennt ja sicherlich die Autovervollständigung, Stichwort Bettina Wulff. So, jetzt gehen wir hier einfach mal ein Problem und bekommen gleich die Autovervollständigung Probleme iPhone 5 und Probleme iOS 6 angezeigt. Ja, das zeigt doch eigentlich nur, dass es richtig viele Probleme mit dem iPhone 5 bzw. iOS 6 gibt, bzw. dass es richtig viele Leute gibt, die danach suchen. Denn Google bietet ja diese Autovervollständigung nicht umsonst an. Ja, da sehen wir mal, dass iPhone jetzt praktisch Windows den Rang abgelaufen hat und da jetzt nicht mehr steht Probleme Windows oder Probleme Android oder Sonstiges. Habt ihr auch solche Probleme, dann nennt sie uns doch einfach. Wir diskutieren darüber und vielleicht können wir euch auch damit helfen. Gut, dann war es das schon und bis zum nächsten Mal. Gut, dann war es das schon. Gut, dann! Ja, da müssen wir nicht spinach haben. Vielen Dank.